Musik Wir sind hier bestellt worden, der Firma Simon & Moore. Den Kunden die Möglichkeit gibt es ein Essen im Voraus für mindestens zwei Wochen vorzubestellen. Man legt seine Karte auf, drückt hier, sieht hier die Tage, wählt den Freitag zum Beispiel aus, es kommt eine neue Maske, zwei Suppen zur Hauptspeise, alkoholfreie Getränke, Speisen. Im Hintergrund sehen Sie Zahlen, die von oben runterzählen, das heißt zehn Portionen dieses Gerichts werden noch da. Wenn ein Nuller da ist, gibt es dieses Gericht am heutigen Tag nicht mehr. Sie können wählen eine Suppe, sehen Sie oben eine Hauptspeise, ein Dessert und gehen dann auf den Bezahlmodus. Hier können Sie noch einmal kontrollieren Ihre Bestellung, wenn Sie damit einverstanden sind, gehen Sie auf Bezahlen, schieben Ihre Quickcard ein, die vorher aufgeladen muss mit einem gewissen Betrag und können somit 6,40 Euro mit Ihrer Karte bezahlen. Bargeldlos! Bei Business Bei Business Bei Business Untertitelung des ZDF, 2020